Google hat ein Titel-Update herausgebracht, was das genau ist, was hier zu beachten ist und ja, warum man eher weniger in Panik verfallen sollte jetzt als SEO, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit! Und zwar geht es um folgende Meldung auf dem Google Search Central Blog An Update to how we generate Webpage Titles In der Vergangenheit war es eigentlich fast immer so, dass hier diese blauen Links in den Serbs, in den Snippets wurden von Google über den Titel-Tag generiert. Der bei jedem, ja, entsprechenden Dokument gepflegt werden muss. Das Problem in der ganzen Sache ist, das beschreibt hier Google sehr, sehr schön, dass oftmals waren die Titel-Tags viel zu lang, sie waren stuffed, also sprich überfüllt mit Keywords in Keyword-Spam oder sie waren überhaupt gar nicht gepflegt. Beispiel jetzt hier, dass oftmals die Startseite einer Webseite dann mit Home immer im Titel-Tag, ja, entsprechend ausgezeichnet wurde. Ist nicht besonders aussagekräftig. Google versucht hier ein bisschen gegenzuwirken und versucht halt, diese blauen Links, ja, mit einem größeren Mehrwert zu generieren, dass der User genau weiß, hey, was erwartet mich denn jetzt, wenn ich auf dieses Snippet denn überhaupt draufklicke. Und Google versucht daher vermehrt aus dem Dokument selbst die größte Überschrift zum Beispiel zu nehmen. Nicht nur die H1, kann auch eine H2 mal sein, je nachdem, es gibt auch Webdesigner da draußen, die auf SEO eher wenig Bock haben und dann einfach machen, was sie wollen, sage ich jetzt mal salopp gesagt, dass sie zum Beispiel nur H2-Überschriften setzen. Google schaut dann einfach, hey, was denn die passendste Überschrift überhaupt. Habe jetzt mal ein etwas kurioses Beispiel rausgebracht hier bei About You und zwar über die Unterseite für nachhaltige Produkte. Und der Title-Tag ist Nachhaltigkeit bei About You, wird in den Serbs nicht angezeigt. Hier wird unsere Symbole für nachhaltige Produkte gezeigt in dem Title. Und das könnte man jetzt denken, das wäre hier vielleicht irgendwo, hier ist ja die H1-Überschrift, ist er nicht. Ist das vielleicht hier? Das würde theoretisch passen. Nein, Google verwendet einfach aus dem Text hier unten heraus die zweite H2-Überschrift und so sowohl für nachhaltige Produkte. Ist nicht optimal, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall noch an der Stellschraube noch drehen. Ist allerdings mal ein gutes Beispiel, um dir zu zeigen, hey, dass Google den Title-Tag jetzt ab sofort nicht immer nehmen wird. Das haben sie in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Oftmals, wenn der Title-Tag zu spammy war, dann haben sie ihn auch komplett umgeschrieben oder komplett verworfen. Das war früher auch schon der Fall. Jetzt achtet Google noch stärker darauf. Wenn dir sowas auffällt natürlich bei deiner Seite, dann solltest du auf jeden Fall entsprechend handeln, dass der Title-Tag hier nochmal überarbeitet wird, dass hier die erste Überschrift überarbeitet wird oder dass auch hier die H2-Überschrift in dem Fall, die würde ich einfach mal komplett rausnehmen und einfach mal umbenennen und dann würde ich einfach mal testen, was Google hier macht. Ich zeige euch gleich einen interessanten Blogpost zu dem Thema, was die gemacht haben. Vorher nochmal die Meldung, beziehungsweise das Interessante ist eigentlich, Kevin Indig hier auf Twitter, denke ich mal kennt auch jeder, hat mehr oder weniger die Frage gestellt, hey, ist es denn jetzt relevant für die Suchmaschinenoptimierung noch der Title-Tag? Ist ja eigentlich der Ranking-Faktor überhaupt, den man relativ leicht und schnell anpassen kann. Ist denn weiterhin noch so ein starker Ranking-Faktor? Oder muss ich jetzt hier in dem Fall jetzt sagen, dass die H2-Überschrift ein Ranking-Faktor ist? Und da hat John Müller eigentlich sehr schön gesagt, dass der Title-Tag nach wie vor der Ranking-Faktor ist in dem Fall und nicht jetzt hier die H2-Überschrift in dem Beispiel. Also sprich der Fokus nach wie vor auf den Title-Tag legen, da das Keyword möglichst am Anfang hinsetzen, nicht mit Keywords zuspammen und immer nachträglich checken, ob in den Serbs denn der Title-Tag übernommen wurde, ob irgendeine H2-Überschrift aus den Fliegstags herausgenommen wurde. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann das auch ganz leicht bestätigen, wenn Google gesagt hätte, der Title-Tag ist nicht mehr Ranking-relevant, sondern die erste H1-Überschrift, da hätte man sehr, sehr starke Schwankungen in den Serbs gesehen, sämtliche Tool-Anbieter hätten verrückt gespielt, sage ich mal, Ahrefs, Systrix, wie sie alle heißen. Das ist nicht der Fall, es gab jetzt keine starken Schwankungen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass der Title-Tag nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Ranking-Faktor ist. Nichtsdestotrotz einfach schauen in den Serbs, ob das übernommen wurde oder nicht. Um auf die Schnelle zu überprüfen, ob die Title-Tags nach wie vor in den Snippets entsprechend ausgespielt werden oder eben irgendwelche Überschriften, kannst du mit dem kleinen JavaScript hier, welcher in den Show Notes entsprechend verlinken, kannst du das ganz leicht in den Serbs direkt überprüfen. Und zwar markierst du dir hier einfach nur dieses JavaScript hier auf GitHub von dem Nutzer Fede Gomez, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, und machst einfach hier Track & Drop, hast du hier das Lesezeichen, gehst entsprechend auf die Suchanfrage bei Google drauf und klickst dann einfach hier dieses JavaScript und schon beginnt die Arbeit und wir haben jetzt hier das Beispiel aboutyou.de genommen. Da wird zum Beispiel jetzt hier angezeigt, was eben Kram schon gezeigt hat, hier mit der Nachhaltigkeit für aboutyou, aber auch hier zum Beispiel All Stories about you ist der Title-Tag, ist der Title jetzt hier in den Snippet, aber in Wirklichkeit ist der Title-Tag, der angegebene, angesagte Modetrends und Outfits der Damen, eher unschön, dass jetzt hier All Stories steht, weil All Stories ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, da kann der Nutzer relativ wenig mit anfangen, wie man hier auch sieht, ist das hier die erste Überschrift, wird wahrscheinlich die H1 sein, genau, ist die H1 eher unschön, hier muss man überlegen, hey, hier muss ich den Title-Tag auf jeden Fall nochmal ändern, hier muss ich vielleicht die H1-Überschrift auch ändern, dann sehr, sehr wichtig, dass Google eben die richtigen Informationen zieht, weil wenn hier All Stories steht, kann ich jetzt schon sagen, ist relativ nicht aussagekräftig, sagen wir es mal so, kann der Nutzer relativ wenig mit anfangen und ganz kurz Shoutout zu Jens Polomsky, da habe ich das zuerst gefunden, dieses Skript, sehr, sehr cool, der hat auch ein kleines Gift dazu gemacht, wie man das macht, ist eigentlich relativ selbsterklärend, jetzt hast du es auch in dem Video gesehen, nur mal kurz dazu, danke Jens für diese Info, für diesen Blogartikel, Ein Praxisbeispiel hier auf dem Blog von wordstream.com und zwar geht es darum, dass sie ja einen Drop feststellen mussten von einem Verlust von bis zu 37% ihrer CTR aufgrund des Google Titles Updates und zwar ging es darum, dass sie ein kostenloses oder ein free Wordstream Keyword Tool zur Verfügung stellen und Google hat von heute auf morgen den Title Tag in eine H1-Überschrift geändert gehabt, die auf dieser Seite vorhanden war, learn more about the free Keyword Tool, war jetzt nicht besonders attraktiv, sage ich mal, zum Anklicken, also dadurch ist die CTR sehr stark nach unten gegangen. Wie gesagt, Google hat irgendeine H1-Überschrift im Dokument genommen und sie haben es, ist jetzt keine Hexenwissenschaft, sie haben es in dem Sinne geändert, dass sie jetzt nicht den Title Tag geändert haben, sie haben nicht die erste H1-Überschrift nochmal schöner formuliert, nein, sie haben wirklich die H1-Überschrift genommen, die Google da genommen hat und die haben sie komplett geändert. Wenn man das mal bei Google selbst mal eingibt, da sieht man jetzt hier, ist der Title Tag der gewünschte von ihnen, äh, der Title und, ähm, theoretisch müsste Google ja eigentlich hier die H1-Überschrift nehmen, aber wie man sieht, machen sie es eben nicht, sie nehmen irgendeine und zwar haben sie die hier genommen, try WordStreams free Keyword Tool, da stand vorher learn more about the Keyword Tool von, äh, von WordStream, ähm, sie haben einfach wirklich die H1-Überschrift genommen, die, äh, Google genommen hat, haben Recrawl, äh, gestartet mit der Google Search-Konsole und dann wurde das Ganze auch relativ schnell gefixt und die CTR ist wieder nach oben gegangen und so musst du das auch machen mit deinen Seiten. Checke auf jeden Fall, was jetzt in dem Title steht, in dem blauen Link in deinem, äh, Snippet und, äh, wenn es nicht sehr aussagekräftig ist, wenn es ziemlich lame ist, sagen wir es mal so, dann musst du das unbedingt ändern und zwar nicht den Title Tag, nicht die erste H1-Überschrift, sondern genau die Überschrift, die eben auch in dem, äh, Snippet eben gezeigt wird. Zu guter Letzt ein kleiner Tool-Tipp, äh, hier hat Assistrix schon relativ schnell, ja, gehandelt, sag ich mal und, äh, bei Assistrix in der, äh, SEO-Modul kann man sich anzeigen lassen, ob jetzt die richtigen Title Tags nachher vor ausgespielt werden, ob irgendwelche Überschriften aus dem Fleece Text herausgenommen werden, um eben den Title zu generieren und, äh, hier ist ein schönes Beispiel von About You zum, äh, Thema Damenstiefel. Da ist eigentlich der Title Tag, Damenstiefel online im About You Shop bestellen. Es wird allerdings im Snippet wird als, äh, ja, als Title wird stilvolle Stiefel für Damen bei About You online bestellen. Angezeigt, kann man sich auch schön mal in den Snippet anzeigen lassen. Und, äh, wo ist About You? Genau hier, da ist dann entsprechend, ja, so gesehen, nicht, äh, ich wollte jetzt der falsche, äh, Überschrift, falsche Title wird ausgespielt, ähm, zwar nicht der hier, der im Fleece Text hinterlegt ist, ähm, im Quellcode hinterlegt ist, sondern, wenn man sich das mal anschaut, äh, kopieren wir uns grad mal, bisschen schneller, es wird, äh, es wird im Fleece Text unten, im, im SEO Bullshit Text, sag ich jetzt mal unten, äh, wird, äh, irgendeine H2 Überschrift, äh, genommen und dann als Title ausgespielt. Also eher unschön, wenn man auch sieht, hier gab's auch einen kleinen Drop, also die waren vorher, äh, vor ein paar Tagen waren sie auf Platz 3, jetzt sind sie auf Platz 7. Ob das damit zusammenhängt, wie gesagt, äh, der Title Tag ist nach wie vor der Ranking Faktor für, äh, diesen Bereich in dem Snippet und nicht irgendwelche H2 Überschriften. Nichtsdestotrotz kann es sein, natürlich bei so einem Keyword, was relativ stark umkämpft ist, was ein hohes Suchvolumen hat, dass da vielleicht die CTA etwas gelitten hat, dass weniger Leute draufgeklickt haben und, ähm, deswegen sollte man das auf jeden Fall ändern und, ähm, nicht irgendeine H1 Überschrift, nicht den Title Tag hier oben ändern, sondern wirklich, das hier muss jetzt geändert werden, das muss klickstark, äh, geändert werden, wobei stilvolle Stiefel für Damen hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, das müssen wir ein bisschen testen, auf jeden Fall die Überschrift ändern, dann wird sich auch hier dieser Title ändern und, ja, das war's auch schon mit dem Video, mal ein kurzes Video heute, ich hoffe, das hat dir gefallen, wenn du Fragen hast, dann ab dir mit in den Kommentarbereich und ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge, hau rein, mach's gut, ciao.